Mein Name ist Enes Iliwul, ich bin 14 Jahre alt, meine Position ist Flügel, meine bisherigen Vereine waren der FC Waka Biberach, mein Vorbild ist Lionel Messi, in FIFA nämlich immer FC Bayern München, meine persönlichen Ziele sind viele Tore zu schießen, mich selber weiterzuentwickeln und Profi zu werden, meine Mannschaftsziele sind Meister zu werden und Pokal zu gewinnen.